Jo, wir sind mal wieder abgehoben im Weltraum, Infiltrationen, wie es ausschaut, die Annäherung, wir müssen uns etwas annähern, ein bisschen Kuscheln ist angesagt, auf der Seite des Imperiums, das schaffen wir doch jetzt hier, ja eben, ich hab Tommi wieder alle abräumt, ja Tommi macht das schon, ich, ich, ne, ne, ihr macht das doch jetzt, ich hab mein Fazio repariert, das sind doch hier die Fliegerasse, äh nein, eher nicht so, Mal da vorne ist doch hier dein, dein Ewing, den machst du jetzt einfach mal kaputt, ja genau, das ist Rache dafür, dass ich ihn vorher nicht spielen durfte, sind aber die ganzen Trümmerteile, die hier irgendwie, boah, au, 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 da war ich aber schnell tot, nein, jawoll, hab ihn sogar erwischt, sehr gut, drei im Schlepptau, au, 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 ausweichen, nein, na klar, und da ist er kaputt, da fliegen drei hinter ihm hier und wen erwischt zuerst, ja, den besten, den besten, äh, ja, das würde ich jetzt nicht bauen, immer auf den besten zuerst, das wäre dann doch ein bisschen übertrieben, ach Quatsch, ach Quatsch, ach Quatsch, ach Quatsch, ah, der schafft das jetzt durch, nein, sehr gut, nein, sehr verteidigt, na, kurz davor, ja, ah, fliegt da nicht gegen, oh mein Gott, war das knapp, fliege ich ja fast gegen den Sternenzerstörer, ja, ich auch schon wieder, Alter, du kannst nicht mal den Speed, die sind auch so klein, die kann man so gut übersehen, gell, da sind ja, 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 schon kam der denn her, hier, auf einmal war der Sternenzerstörer, Sternenzerstörer, ich bin ja hier einfach auf den, auf den Behindertenparkplatz hat er sich hier einfach gestellt, geht doch nicht, man, 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 so, angreifen da oben, so, da oben, na, 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 dann schnappen wir uns, hat er hier schon wieder sein, ja, nein, 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 nicht, mich schon wieder abschieben, alter, ich hasse es, so, Wie lange der ausweicht, oh, diese Schild, jetzt kann man ihn treffen, schießt ihn ab, ja, sie haben mich abgeschossen, ach, du hast nicht mit mir geredet, beziehungsweise mit den Gegnern, ja, doch, doch, ach so, es war eigentlich, darauf bezogen, dass ich mich abschießen soll, ja, 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 natürlich, schießt den Drachenburschen ab, ist angekommen, ja, ja, haben wir den gekriegt, anscheinend, ja, anscheinend, Sonst würde schon eine Videosequenz kommen, jetzt müssten wir aber gleich wieder neue geben, Die U-Flügler wollen auf dem Planeten landen, lasst sie nicht durch. Ah, okay. Warum halten die X-Wings so viel aus, das ist so unfair, ne? Das blöde mit den Schilden, ja. Wenn man es auch als TIE-Fighter hätte, weiß ich, dann wäre es ja okay, aber... Am besten, Alter, gar keiner hat das. Was ist denn diese Fähigkeit, diese untere Fähigkeit vom TIE-Fighter, ist das einfach nur die Korrekturig, oder ist das, ne? Die untere Fähigkeit, wie? Wenn du jetzt einen TIE-Fighter hast, dann hast du ja halt rechts diese Raketen, allerdings halt den Speed und unten ist auch noch mal so eine Fähigkeit, das ist nix. Meinst du aber dieses Imperium-Zeichen, was das ist? Ich glaube, das ist einfach nur so ein Zerwego, glaube ich. Ich weiß es nicht. Nein, 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 du fliegt ja nicht rein. Nein, 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 jawoll, Tor verteidigt, sehr gut. Haben wir schon wieder geschafft. Richtig guter Torhüter hier. Oh ja. Der Beste. Der Beste. Der Beste. Frisch importiert, aus Asgard. Das Imperium-Zeichen, keine Ahnung, ich wollte auch gerade sagen, dass man vielleicht irgendwelche Power-Ops aktivieren kann, aber ne, dafür auch nicht. Au, au, au. Was trifft mich denn hier? Ich wurde schon wieder von irgendwas anvisiert. Nein, nicht schon wieder. Ahhhh. Boah, ich bin gegen Trümmerteile gefahren. Weil es ist auch echt unfair, weil die TIE Fighter haben ja keine Schilder, oder? Ja, das meine ich. Und die anderen hier, ich bin gesagt, haben halt Schilder. Das ist halt ein deutlicher Vorteil einfach im Kampf. Ja, auf jeden Fall. Das ist mir auch nicht so schnell fliegen kann. Der eine fliegt zurück, aber der andere ist weit vorne. Oh, 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 oh. Der schafft es, glaube ich. Oh, oh, oh. Da ist halt niemals für uns mehr in der Nähe. Und ich krieg den auch nicht mehr. Ganz woanders. Ja, der ist 2.000 Meter weg. Ja, 400 Meter. Ich komm noch ran, aber der hat sein Schild an. Das ist vorbei. Der schafft es. Ja, ja. Der schafft es. Ja, wohl jetzt vielleicht noch ihn holen. Oh, das wird knapp, das wird richtig knapp. Und ich bin, ah. Hab das schon. Schade, schade. Ja, ja, ja. Aber das schaffen soll ich fast immer. Ja, das stimmt. Also man klingt ja auch irgendwie. Wenn man kriegen die auch so drei oder vier Stück. Wollte ich gerade sagen, können wir mehr auf der Dauer. Wo am Anfang sitzt ja glaube ich nur 2, ne? Und dann sind sie 4 oder so gefühlt. Na gut. Das ist dann schon eine krassere Nummer. Egal. Da müssen wir sie halt am Boden besiegen. Genau. Jetzt einfach ein bisschen Ausschau halten. Hier gibt's irgendein Krennic auch. Mal gucken. Ja, ich weiß schon, wer er nicht bekommt. Ich auch nicht. Also wer hat ja heute besetzen hier von uns? Ich war kurz davor, ja. Naja, der Drachenbursche hatte einmal den... Obwohl, ja stimmt. Ich war eher zu, der beste Held überhaupt. Tödlich auf jeden Fall. Oh. Ich hab's ja alle geschockt. Du bist halt wieder schockiert. Schocki! Das war ein seltsames Geräusch. Wollte ich irgendwas anderes erst sagen. Ich hab mich schon gewundert, was du da so damit sagen wolltest. Das war mein Kampf frei. Gefährlich. Ja. Nooo. Das ist ein Kampfschrei. Nooo. Lord Mathis. Nee, das ist der. Ich bin schon wieder Todschrei. Ach. Da war's in zwei im Busch. Da war's im Busch. Oh, komm schon, da sind's böse im Busch. Scheiße. Ich bin mal ein blöder. Ist denn hier irgendwas? Nee. Da ist ein... Hau ab. Gegner sind für gewöhnlich hier irgendwo. Manchmal. Ja, aber... Die seh ich nur nicht. Das ist halt die Sache. Da ist schon wieder irgendwo einer hier bei mir. Okay, der eine ist schon tot. Zurück in die Schlacht. Noch hinter mir. Ah. Ich hab' ich noch geholt, ey. Da war kurz einblattend. Ja, 66 Meter, 58. Ich weiß schon, wer's nicht bekommt, das Helden-Symbol. Oh, D.K. Ich seh's nicht mal. Ja, ich bin schon vorher tot. Superbubr. Ich seh's auch, aber ja. Ah, jetzt seh' ich's. Ja, ja. Jetzt wirst du nicht kriegen. Meinst du? Nope. Ja, da haste recht. Da stehen zu viele. Aber, du! Danke. So. Alter, ich wurde einmal beschossen, ey. Immer diese Ausrufe hier, ey. Weißt du mal nicht, was da grad bei dir passiert? Ich kann nicht meinen. Übrigens. Was für ein Tier war das? Ja. Man mögt es erraten. Es klang nicht menschlich. Es klang nicht menschlich. Ah. Ach, sind alle da oben, ne? Das ist ein richtiger, das ist ein richtiger Schrei hier. Gefährlich, gefährlich. Du, ja, klang nicht ne. Joooooo! Also, das muss er das Ding verdimiento. Also, du musst er das Ding auch verteidigen, ne, Dati? Jaja. Stell mal, deinen Roboter hier hin irgendwo. Und dann mach's der Nitz der Granate. Für alle Wider ist weg, ey. Evine Wider, das Spinningss du. Stars Granate gestorben. Können recht einmal? several. Das viele ist aber jetzt auch da. So. Das andere Ding ist auch noch sicher. Das andere Ding ist auch immer sicher. Da ist ein gebüsch drin irgendwo gewesen Niemandem nur unser schiff weg da hat einer busch da ja ob dann immer ein kopfschuss abbekommen Auch ergo training sehr gut training das solltest du echt nicht zulassen dass jemand eine kleine pläne durch kreuz Mr. Soomi polka hat leider auch eine rakete gehabt Hier ist doch irgendwo ist denn der ja ja der ist glaube ich irgendwo in gewünscht Haben sie das andere ding angemacht ist der blöde da dann gehe ich gehe ich mal rüber Ich weiß immer nicht ob man hier verlagern sollte oder nicht bist du ja auch nur hin und herren so aber hier sind es Überall Was andere dinge Ich verarsche ich hatte hatten das scheiß ding zu viel noch und dann ist da wieder einer hin Warte ich überall in zwischen hinter mir Oh ihr seid der gegner Geil zwei formen und ich checks gar nicht Bestens ich habe trotzdem noch eingekillt Kein Der etwa dial war es nicht ja alle etwas das wird irgendwie besser passen Stimmt Eine ausnahm gewiss hat immer Kommt er da kommt er da kommt er Aber von vorne von vorne von vorne von vorne von vorne an einer stelle noch geschicht auf ja ich hasse geschütze Gleich wieder die ox ist geben wenn du brauchst Wer ist doch die ox ist? Wer ist doch die ox ist? Äh, Baxter Kann die ox ist ja auch nehmen Ich weiß es doch Um auf dem Schiff ist einer, kann einer mal hoch? Um auf dem Schiff ist einer Ich dachte ich dachte du atmest die ox ist einer Das macht dich stärker Das macht ihn stärker Er ist eigentlich Scarecrow, wusstest du das nicht? Ach ja Scarecrow Oh das war so knapp und dann Wusstest du gerade da umgeschockt? Ja, ich wurde gerade Ich hab direkt den erschossen der dich da geschockt hat aber leider hat was zu spät Ich weiß gar nicht wo der herkam Und der hinter dir Darkseiter Der ist schon tot Da spawnt man bei dir und wird direkt von hinten erschossen Ja man kennt es irgendwo ja Tommy ne Aber ich bin eigentlich immer der andere Der der erschießt oder der erschossen wird Bei dem gespawnt wird Achso Der dritte Achso Der dritte Mann Der dritte Mann Guter Film Ja War hier nicht mal noch ein Geschütz Irgendwer das Geschütze nicht weggeräumt Danke So ist die Blasterkanone Nein du bringst nicht unsere Leute um Blastergewie Serie Ja ich danke Wo sind die denn? Da ist ja Nein Nein Ja hab ich Warte Ich komm zu dir Wieso hat Tom Blue schon wieder so ein Bogewehrstab? Was? Der kann alles überlebt haben Huchstapler Aha Ja die haben Bug da drin scheiße Ja das ist immer blöd bei Kranic Ach durch den Busch gekillt Oh die sind sehr gut Oh die sind sehr gut Oh fast zur Hölle wie viele Hä? Nein Ich hab grad Ich hab grad in einen Ich hab grad in einen reingeschlagen War das bei uns gewesen? Scheiße Ne das war bei der anderen Seite glaube ich nicht Ich weiß es nicht Naja Das ist auch gemein das einen schon reicht Na hat's doch deine Zeit da mit Kranic Was nicht eine schöne Zeit mit Krannik, die du hattest? Ja, ja. Einen Kerzenschein. Blasterlight-Dinner. Das Blasterlight-Dinner, ja, ja. Candlelight kann ja jeder. Wo schießen die dann hin? Das ist die Frage. Die Liebe zwischen euch beiden schießt durch den Raum. Johoho. Ach, warum kriegt der nicht? Das stimmt, ja. So im Nachhinein. Ich schieße jetzt mal das blöde Ding, aber ich das nicht leiden kann. Ach, das war aber... Egal. Oh, die haben schon wieder hier was. Das können wir aber nicht zulassen. Hier sieht man schon wieder gar nichts. Wir haben sie aufgehalten. Wir haben sie aufgehalten. Oh, da war niemand. Verdammt. Oh, Tobi, rechts von hier waren sie euch sehr viele. Ja, bei mir sind super viele allgemeine irgendwie grad. Bei dir geht die Party. Ja, wo geht die Party ab? Bei Domi geht die Party ab. Ich bin auch gerade bei dir. Ich habe meine Granate dahin geworfen. Oh, angekratzt, aber nicht umgetötet. Verdammt. Ja, das ist natürlich. Und jetzt bin ich so. Torchwood mal wieder, eh. Es ist immer Torchwood. Was macht dieser Torchwood eigentlich immer? Das ist eine gute Frage. Hier schießen. Ist ja bei denen der Erste. Was ist denn? Gemeint ist auch hier toll oder so. Naja. Gemein und gefährlich. Man möge fast sagen, gemeingefährlich. Oh, die Granate, die Granate. Oh, ich habe es gesehen. Oh, es kommen sie alle von der rechten Seite auf, wo das Brennenschutz ist. Echt? Okay, ich werfe mal die Granate hin. Da, wo den es gestorben ist. Wow. Ich sporm bei dir und ich werde erstochen. In einer halb von einer Sekunde. Also langsam möchte ich hier den neuen Partner kriegen. Wenn du dir den falschen Zeitpunkt ausrufst. Ich verstehe langsam den Storbus. Ich bin da, wo die Action ist. Da, wo man erstochen wird, wenn man bei dir spormt. Das war mein Kill. Das ist mein Kill hinter uns. Nein. Ich teile euch mal alle. Ihr braucht Heilung. Ach, meine schöne heilige Granate. Oh, jetzt rücken wir hier aber mal richtig vor ein bisschen. Was ist das überhaupt? Ah, gleich wieder so viele. Von allen Seiten. Fast bei der Fracht bei dem Typen. Nein. Nein, schon die fast gehabt. Warum hat er denn so nach rechts geämmt? Der eine, der die Fracht hat, ist glaube ich irgendwo wieder im Gewisch. Ja, hockt er die ganze Zeit. Okay. Überwachen. Die Fracht soll man hier überwachen? Okay. Spitzenspieler ausgeschaltet. Oh yeah. Leider natürlich auch wieder draufgegangen, aber das war's. Dafür habe ich den Spitzenspieler eliminiert. Dabei ist Tommi doch unser Spitzenspieler. Finde ich das tatsächlich? Ja. Muss man sagen. Ah. Immer dieses ist es. Das stimmt, ja. Teichstürmer. Uh. Der macht doch jetzt was Schönes für mich hoffentlich. Gönnt ihr mal. Der Asiate schießt die Tore. Der Asiate schießt die Tore. Also, der Teichstürmer. Der Asiate schießt die Tore. Muss man erstmal ein bisschen nachdenken hier. Einer von den Besseren. Endlich habe ich meine Rakete und kein blödes Disruptorgewehr. Assist, 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 Assist. Wie kann der das überleben, hä? Oh, da kommt einer von der Seite. Zwei von der Seite. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Walle. Wer bietet mehr? 1,2,3 viele. Wo ist denn? Da sitzt noch einer im Gebüsch. Ja. Na, meine Güte. Wo sieht die Gegner? Mann, sieht die nicht? Da ist schon wieder einer im Gebüsch da vorne. Das ist echt gemeint. Da, der ist nicht im Gebüsch. Was? Das war ja wohl kein Assist. Das war ja direkt ein Kill. Also, wenn das kein Kill war, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Warum setzt er sich da hin, der Kerl? Die sind ja alle, ey. Fred Erik 91. Ja. Der hat auch vorhin gekillt, ja. Ja, der hat mich gekillt. Danke auch. Jetzt war er sauer. Hättest dich mal nicht sauer gemacht. Das war nicht lustig. Ach, und hinter mir. Schade. Von allen Seiten. Ah, immer wenn ich was Heilung werfen will, dann heilt jemand anderes schon schneller. Was zur Hölle war das? Das war Gin irgendein Schallimploader. Man kann vom Schallimploader sterben? Ja. Ja, wenn man genau im Zentrum steht. Ah! Also ähnlich wie bei der Kontaktgranate nur geflückt. Da muss er sogar für den verbesserten Schallimploader muss das sogar schaffen, damit Kills zu machen. Das ist super schwer. Ja. Außer ein Drachenbursches in der Nähe. Ja. Dann kann man sowas schon mal machen. Also mit Gin geht's einfacher als mit dem normalen. Mit dem normalen ist aber echt super schwierig. Ja, es war auch schon, die mich gekillt hatte. Ja. Da läuft einer durch von denen, oder? Ja, hier. So ganz rechts außen. Ja, ja. Ich bin auf dem Weg. Ich versuche ihn den Weg abzuschneiden. Ja, ich auch. Außerhalb des Gebietes. Und im Gebüsch, ey. Geil. Ja, ja. Immer im Gebüsch, ey. Oh, nee. Meine Rakete war schon abgeblockt. Ich hasse es. Ach, nee. Nee, 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 nee. Hab ich gedacht, jetzt sieht man hier oben irgendwas, aber nee. Nein. Die haben die Fracht versucht, ihn abzuschießen. Da war schon der Vivi, der mich erwischt hat. Ich sehe gar keinen Gegner mehr. Ja, ey, die sehe mich dafür umso mehr. Tom Blue, ich war am Gebüsch, der hat mich gar nicht sehen können. Ja, bei manchen wundert mich auch so, wie das machen. Ja, die sehen dich halt ins Gebüsch. Die sehen dich halt, wenn du ins Gebüsch rein rennst und dann schießen sie weiter. Das habe ich auch schon. So habe ich auch schon Leute gekillt. Wie sich wahrscheinlich gedacht haben, hey, wieso? Der hat mich doch gar nicht sehen können. Tja. Da bleiben einem die Worte weg. Aber momentan... Na gut, der eine ist... Sieht ja noch ganz gut aus. Der eine rennt wieder ganz außen rum. Den Strand da irgendwo. Ja, den Strand mögen sie. Strandläuferangriff schon wieder hier. Statt. Was geht hier los hier? Oh, jetzt kommen sie alle wieder. Wo kam der jetzt schon wieder her? Sollen sie kommen? Tommi rechts, hast du gesehen? Da war einer. Ja, aber der eine läuft immer noch ganz außen rum. Da muss man so ein bisschen drauf achten. Was der gewisse Serie? Ja, den muss man im Auge behalten. Ja, der läuft jetzt durch. Der läuft, äh, renntchen durch. Der läuft weiter. Ich weiß nicht, ob der dann immer stirbt, weil er da außerhalb des Gebiets ist oder wodurch der stirbt. Aber irgendwer macht das schon. Ja, da kam ja gerade einer entgegen auf der Seite. Da oben, oben auf diesem Haus ist einer. Habe ich gesehen, ja, ja. Ich geh jetzt auch mal an den Strand, falls noch mal einer auf die Idee kommt, da entlang zu laufen. Da kommen aber echt leicht aus der Schlacht raus an diesem blöden Strand. Ja. Hast du diesen Strand? Ich glaub ich gar nicht, gar nicht so gedacht, dass man da langlaufen soll eigentlich. Äh, es gibt hier so ein paar Schleichwege. Okay, ich stehe jetzt genau, wo das Ding ist, aber okay, dass keiner weit und breit. Das verteidigen wir, glaub ich, ganz gut. Zwei Minuten fünfzig, das schaffen wir, glaub ich. Ja, ich glaub, die Runde dürfte an uns gehen. Außer, sie machen jetzt irgendein Wunder. Das können die doch gar nicht. Das gibt's nicht. Nicht erlaubt. Nach Wunder sieht's hier momentan nicht aus. Das Wunder von Scarif. Weiter ferne. Das Wunder von Scarif. Wo wir wieder bei den Stürmern und Fußball wären. Mhm. Werden war gestern. Wo ist denn jetzt hier wieder? Ja. Angreifen, angreifen. Hä, hier muss einer hinter mir sein. Der hinter mir auch. Warte mal. Au, ich glaub da warten schon welche. Ah, nein. Die kommen zum Schiff, die sind ganz schön nah beim Schiff, da weiter. Ja, ja, ja. Und sie haben ihre blöden Infanteriegeschützer abgestellt. Wir haben noch keinen, kein Dings dabei, oder? Nein, 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 die laufen einfach nur so rum und schießen und alles kurz und klein. Die Hooligans hier, oder was? Die Fußballfans. Ja, die Hooligans. Genau. Die Fußballrebellen hier. Ich hab's Piepen gehört, das war zum Glück aber von uns. Bei uns Pieps wohl, wow. Einer hat wieder was. Die Pieps wohl, ey. Kommt wieder hoch, aber das war ja super. Das gibt's doch nicht. Nein! Gnade. Nee, die Integende Rakete war's. Oh, die kriegt komisch. 15 zu 26, geil. Scheiße. Ja, das geht um den Sieg. Das Imperium. Der dürfte es mir auch nicht wieder hier draußen, wo ich nicht mehr rein finde, bei diesen Büschen. Der ist zum Greifen nah. Der ist zum Greifen nah. Auf jeden Fall. Sie sind erst bei der Hälfte. Naja, der schaffen sie nicht mehr. Also da müsste jetzt wirklich schon einer. Ja, das müsste schon so ein One werden jetzt. Der nächste, der ist gerade Dinghalle, war zweieinhalb Meter weg. Wie schon ist sie eigentlich? Hier kriegt man nur einmal ne Gin, ne? Hier kriegt man nur einmal? Ne Gin, oder? Boah. Ich weiß es gar nicht. So oft habe ich das ja auch nicht gespielt. Das gehört zum DLC, was ich mit am wenigsten gespielt habe. Ich glaube, die müssen wir nochmal kommen. Ja, ich glaube, bei mir auch. Oh, jetzt kommen sie. Jetzt rennen sie an hier. Ja, ja, ja. Ich bin in der Nähe. Ich hab mal Raketenwerfer. Und komm her, komm her, komm her, komm her. Ich sehe nicht. Oh mein Gott. Den einen haben wir erwischt. Den einen haben wir erwischt. Der andere muss da auch irgendwo sein. Ah, diese haben wir beide. Um, auf dem Schiff. Tom, pass auf. Um, okay. Okay. Okay, okay. Jetzt liegen jetzt zwei direkt auf dem Punkt. Das ist gut. Das heißt, die kommen hier auf jeden Fall wieder her. Früher oder später. Die Trommel Schiffe. 18 Sekunden noch. Ja, das war irgendwie. Die Stürmen. Gute Verteidigung. Jetzt geben sie natürlich nochmal alles, aber das wird ihnen nicht helfen. Nope. Der eine ist sogar weg von der... Warte mal, der eine hat die Fracht, aber die ist punkten glaube ich nicht so. Ne, in der Zeit schaffen wir das nie und nimmer mehr. Ne, ne, ne. So, noch ein paar Heilungspunkte mitnehmen. Granate raus. Jawoll. Wuuu. Das war doch was hier. Jippie. Ich glaub, sie müssen eigentlich so punkten, ja. War nicht so schlecht, war nicht so schlecht. Niederlage. Ja. Aber nicht für uns. Ja, schon wieder zweimal der Tommi hier, ey. Das ist der Wahnsinn. Kann passieren. Wie macht ihr das langweilig, Tommi, oder? Ja, eben. Lass doch mal uns da oben stehen, ne. Ja, okay. Ego ist, ey. Ja, was geht schon los. Immer Mittelpunkt sich wieder rücken. Ja, ist schon klar. Es tut mir echt leid. Es tut mir wirklich leid. Ich glaub, der Darkside bestimmt jetzt einfach mal meine Hand hier. Oh, okay. Okay, warte mal. Du spielst E4 am liebsten, denn... Ich hab so Entfreundschaften. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nun hast du 4 Möglichkeiten wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest, rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinen Mitspieler. Ich wünsch dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.